welcome ladies and gentlemen ja hi wie geht es euch ich hoffe gut ernsthaft es tut mir wirklich unheimlich leid dass diese aufnahme so saumäßig spät kommt aber real life geht vor und arbeit erst recht von daher sorry aber wie ich auch schon im kommentar beschrieben habe ich spute mich und vielleicht komme ich ja sogar noch auf die idee für morgen noch eine weitere aufnahme zu machen und wenn die hier nicht mehr pünktlich hochgeladen und naja okay müsste ich eigentlich packen aber es wird eine entschädigung geben im notfall so ich kam mit dem gedanken online dass ich einen haufen diamanten brauche und ich habe jetzt die ganze zeit überlegt wofür aber ich glaube mir ist es gerade eingefallen wofür nach die ganze gute kohle 16 10 so 4, 6, 8, 10. Ja. 10. Äh, nö. Äh, ja. Yep. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das und rein. Gut. Das könnte ein wenig dauern. Aber gut. In der Zeit haben wir ja draußen noch genug zu tun. Würde ich mal so spontan denken. Oh, vielleicht sollte ich mir noch ein bisschen reinforced. Na, ich weiß noch nicht. So, mal gucken, ob ich jetzt hier gleich von irgendwas überrannt werde. Bei meinem Glück mit Sicherheit. So. Uah! Ah! Was war denn das? Ich hab nicht mal viel gesehen. Oh. Wie es mich ankotzt. Ich sag's auch noch. Ich sag noch. Mit Sicherheit schon. Boah! Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Ah! Ey, Junge, 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 Junge. Das ist echt nicht witzig. Ah! Okay. Moment. Wo kam der denn her? Wo war der denn, der Junge? Der muss ja irgendwie direkt... Ich muss mir das nachher im Video angucken. Boah, wenn ich mir überlege, dass so ein Vieh hier in meiner Hütte... Boah! Drecksbiester. Warum hab ich das eigentlich gesagt? Ey, ich müsste eigentlich die Monster ausschalten für den Mist. So, Moment. Okay, hab ich keine Vorstellung mehr, ist mir jetzt auch egal. Ich hätte gern Effizienz, bitte. Kann ich überhaupt noch eine Siemer ver... Ah, da war grad einer. Oh, komm. Ja, sehr schön. Auch wenn ich das Ding da mit schneller schrotte, ist mir egal. Ich will jetzt nur nicht ein halbes Jahr brauchen, um diesen blöden Berg da abzubauen. Oh, Mann. Ja, übrigens zieht man so einen Let's Play in die Länge, ja? Das ist, äh, recht einfach. Warum hab ich denn Zinnstaub? Hast du wieder irgendwas schiefgegangen? Warum hab ich's gesagt? Ich hätte einfach nichts sagen müssen. So, schau, 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 schau. Das sieht jetzt schon wesentlich angenehmer aus. Achso, ich hab den Magnetmodus ja noch an, weil ich immer Angst habe, dass mir irgendwas verloren geht. Aber ich muss es leider abbauen. Ich würd' euch das ja hier gerne ersparen. Aber, äh, wir brauchen den Platz einfach. Und wie sieht's denn aus, wenn hier so ein fetter Berg vor meinem Atomkraftwerk steht? Das ist bestimmt ein guter Schutzwall, wenn denn doch was schief geht. Meine Güte. Das sind wieder 60 Stacks Erde hier. Völlig unnötig. Hätte das nicht Cookie Creeper sein können? Nein, schneller bin ich nicht weggekommen. Ich hab das zwischen gehört und bin direkt losgerannt. Also, hochgeflogen, besser gesagt. Rennen hätte er nicht viel gebracht. Wo war der denn? Hat der unter meiner Terrasse gesessen, oder was? Ah, nee, Schweinebacke. Ja, ich kann total fies fluchen. Schweinebacke. Ja, ich versuche, einfach nur alles ein bisschen jugendfrei zu halten. So ein wenig. So. Leute, Leute, Leute. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mich das nervt. Nee, könnt ihr echt nicht. Ja. Ich meine, warum sollte auch was glatt laufen, wa? Wär ja was ganz Neues in meinem Let's Play. Hauptsache, hier kommt jetzt nicht der Nächste an und macht direkt einen Glowstone-Berg oben drauf oder so. Den streike ich. Dann gehe ich in Creative. Echt jetzt? Geht gar nicht. Ja, okay. Lustiges Thema. Erstens, die Abstimmung zum Thema 250 Abonnenten-Special läuft immer noch. Ja, ihr habt jetzt noch etwas über eine Woche Zeit. Und, äh, momentan stehen ja die Fahnen massiv auf Tech-It. Also, wenn ihr was dagegen unternehmen wollt, dass wir Tech-It machen, müsst ihr euch jetzt melden. Oder nachher bitte nicht beschweren. Das ist eine faire, demokratische Abstimmung. Na gut, äh, es ist ein bisschen vorbelastet, weil hier ist schon Gras drauf gewachsen. Meine Güte. Weil ich ja nun mal ein technisches Let's Play mache und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt die Leute was anderes sehen wollen, ja auch recht gering. Aber trotzdem. Es wird hier gleich wieder dunkel. Jetzt habe ich den ganzen Tag damit verbracht, einen blöden Sandberg wegzumachen, oder was? Mich alle verarschen. So, komm, geht hier alle weg. Und ja, ich lasse den Magnet-Modus erstmal an. Beschwert euch beim Creeper. Der ja unbedingt in meiner Nähe explodieren musste. Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt einige Leute gibt, die das feiern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Elemental Creeper sorgt ja echt für Abwechslung, ja? Also wirklich. Das ist ja wirklich witzig. Aber die Viecher können einem auch so richtig schön die Laune verderben. Hier ist noch mehr Tindast. Oh oh. Habe ich da unten etwa eine Maschine überlastet? Oh ja, ich glaube schon. Oh mein Gott. Vor allem ist es gar nicht mal wenig. Oh ja, hier ist richtig viel. Ach ja, genau. So ein blöder Enderviech. Pissbrocken. Hat hier unten einen Block weggenommen. Dadurch waren die beiden hier nicht mehr mit Strom verbunden, weil über den Block nämlich auch ein Kabel lief. Und tadaa! Das ganze Zinn lief ins Leere und ich habe mich gewundert, warum hier oben nichts passiert. Äh, das ist echt... Das ist... Wollte ich schon sagen. Läuft es jetzt aber nicht falsch, oder? Ne. Ähm. Da hat... Echt... Da hat der da unten einfach die Leitung gekappt. Ich dachte ja, die können nur Steine nehmen, die... Ah, egal. Äh, wir brauchen... 1, 2 und ein paar Sticks. 1, 2, 3, 4. So. Jetzt brauchen wir ja Schaufeln. Toll. Tolle Wurst. Ganz super. So. Schaufeln. Äh, wie sieht es mit der Zeit aus? Ja, die Sonne versinkt schon am Horizont. Dann können wir hier nochmal kurz umbasteln. So, so. Ah, da brauche ich hier auch was Schnelleres. Das ist mir auch alles viel zu langsam. So. Wie sieht es hier mit der Erde aus? Naja, komm. Packen wir mal hier rein. Wir haben hier noch nicht genug. Ne. Ach. Erde. So. Ja. Wozu brauche ich wohl 10 Diamanten? Schätzt mal. Ich baue ein Atomkraftwerk. Natürlich möchte ich eine MFSU haben. Ich will aber schlafen. Ich bin ein Nerd. Lass mich nachts, äh, lass mich tagsüber schlafen. Ich will nachts aufbleiben. Ah. Na, endlich. Na, endlich. Geht doch. Man muss nur genug meckern. So. Komm, wir wollen heute was schaffen hier. Ich will nicht noch 60 Folgen mit dem Atomkraftwerk verbringen. Außerdem habe ich keine Lust, dass hier irgendwelche Viecher spawnen. So. Ha, 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 ha. Nichts. Okay. Oh, man. Das halbe Portal auch zugeschickt. So. Komm schon. Aber nicht, dass hier wieder von irgendwo was kommt. Ich sag's euch, Viecher. Schuh. Nix. Ja, vor allem hier, äh, direkt. Das ist doch, das ist doch beinahe schon, das sieht doch schon aus, als wenn man mich quasi daran hindern will, hier weiterzukommen. Und nein, das ist nicht beabsichtigt. Dafür rege ich mich viel zu sehr auf. Kann das echt sein? Hierunter ist aber auch kein Platz. Hier kann doch nix spawnen drunter. Das ist doch eins zu niedrig. Das heißt, der muss doch hier irgendwo in der Ecke gehockt haben und sich gedacht, oh, den Idiot, den mach ich fertig. Ja, ja, Sand, 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 Sand. Ich weiß gar nicht, ob es hier unten so war oder nicht. Ob ich vielleicht jetzt auch eine Schicht zu viel abnehme oder? Nee, also eigentlich nicht. So, komm schon. Bau dich ab hier. Ach, es ist wieder Glas zu sehen. Yippie. Dann graben wir den erstmal hier innen aus. Zumindest bis zum nächsten Creeper-Angriff. Der hat ja hier draußen auch gewütet, oder? Nee, ich glaube, hier hinten grenzt es so an ein Stück an. Das war, glaube ich, richtig so. So, 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 so. Meine Güte. Meine gut, wenn man irgendwann mal Erde braucht. Ach so, ja, kein Sand. Natürlich, Erde. Wenn man irgendwann mal Erde braucht. Besorgt, äh, besorgt gleich ein Erdcreeper. Ihr seht, der füllt innerhalb kürzester Zeit alle Löcher. Ich meine, das ist ja schön, weil alle Leute regen sich darüber auf, dass die Creeper dafür sorgen, dass Löcher da sind. Bei mir werden Löcher gestopft. Ich wollte wenigstens das Gebäude hier langsamer fertig kriegen. So, 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 so. Schön. Wie, wie geht denn das bitte? Wie geht denn das? Wie geht es, dass jetzt hier in der Mitte, obwohl das ein komplett abgeschlossener Bereich ist, auch Sandblöcke gelandert sind? Hä? Die Tür ist zu. Heißt es, dass Creeper durch Atomkraftwerke durch explodieren können? Na, das ist ja dann sicher. So, okay, den Rest lasse ich jetzt. Baue ich erstmal hier das Ding weiter. Schmerzvoll. Viel Sand hier. Erde. 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 Ich weiß. Erde. Ach, ja. Und ich suche immer noch nach einer effektiven Lösung für alle Leute, die keine Zeitraffer-Videos sehen wollen und für alle Leute, die mich nicht stundenlang beim Minen beobachten wollen. Echt, ich bin da noch am überlegen. Ich meine, für mich ist es halt ein bisschen... Boah, komm schon. Geh wieder rein. Für mich ist es halt ein bisschen einfacher, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache eine 2-Stunden-Mining-Folge, dann kann ich nebenbei, keine Ahnung, mir ein paar Enemies reinziehen und kann einfach so nebenbei minen und muss den Sound nicht mit aufnehmen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Aber ich verstehe natürlich auch alle Leute, die wissen wollen, was ich in der Zeit denke. und quatsche und keine Ahnung was. Obwohl, wahrscheinlich, was ich quatsche, wenn ich nicht, ist das Mikro... Na, das will wahrscheinlich, glaube ich, keiner wissen. So. Tschuck, tschuck. Ja. Wann habe ich das jetzt gemacht? Muss ich hier wieder an der Seite lang kraxeln? Vor allem darf ich mich ja möglichst nicht verbauen. Wäre zumindest günstiger. Ne? Kann sein, dass die Musik heute ein bisschen zu laut ist. Da muss ich mir das auch nochmal angucken. So. Klack, 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 klack. Bin ich schon wieder beim zweiten Stacksteine? Jetzt nicht euer Ernst, oder? Hallo? Geh da rein. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, ein massiver Verbrauch an, boah, Eloi. So. 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 Boah. Das ist doch jetzt, das ist doch jetzt unfair. So. Aber Moment, ne, bevor ich jetzt den abmache, ich lieber den hier rein. Nicht, dass ich den nochmal hochfliege und nochmal den gleichen Mist baue. Tja la la. Wir können nochmal nach den Hühnchen gucken, fällt mir gerade ein. Denn die sitzen ja auch noch doof rum. Da wollen wir ja ein paar Federn rupfen. Die bauen ja Pfeile. Ja, irgendwann, irgendwann mache ich mir einen Creeper Spawner irgendwo hin. So einen Random Creeper Spawner. Und die werden dann instant so mit einer ganzen, keine Ahnung, mit 60 Stacks Pfeilen auf einmal beschossen, wenn sie rauskommen. Nur Erdcreeper oder so. Erd und, oh, Loidiks, echt. Erd und, äh, Glowstone Creeper. Ich meine, ich werde nie wieder ein Problem mit Glowstone haben. Nie wieder. Nie, 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 nie wieder. Ich müsste überhaupt nicht in Neta. Nicht dafür. So. Wie ihr seht, das ist wieder eine sehr technische Folge heute. Ich zeige euch, wie man Bautechniken umsetzt. Und wie man keine Steine mehr hat. Äh. Ich habe ja immer noch ein bisschen Panik, dass hier einfach mal was bohnt, ne? So, tauschen wir mal die. Boah, Moment mal. Sekunde. So, jetzt aber. Ey. Die Musik wurde gerade doch massiv laut. Also was da jetzt gerade los war, keine Ahnung. Na, 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 na. Muss ich nachher wieder so ewig viel anpassen. Pflasterstein, Pflasterstein. Wir brauchen wieder Steine. Und zwar gar nicht mal so wenig. So. Okay. Ich habe gerade was gehört. Ich habe gerade was knarzen gehört. Das ist nicht gut. Ah, hier ist nichts. Ich warte ja nur drauf, dass hier so, keine Ahnung, ein Enderman einen Maschinenblock wegnimmt. Oder was noch besser wäre, ein Enderman kommt her und klaut sich eine Röhre. Und nimmt die weg. Und, äh, das ist das Kühlwasser von den beiden Dingern da unten, die Explo... Oh Gott. Oh Gott. Ich kann schon hier Albtraum-Szenarien herstellen. Komm schon. Wied, wied. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. So. Ich glaube, ich hatte noch... Ja, 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 das ist gut, dass ich davon ein paar hergestellt habe. Schlecht, dass wir dadurch einen Haufen Mats weniger haben, aber hey. Okay, so, tschak, 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 zwei Stacks. Und dann, äh, machen wir gleich noch hiervon welche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, sollte reichen. Okay. Und weiterbauen. Ich werde die Folge nennen, ähm, wie nenne ich die Folge? Äh... Wie nenne ich die Folge? Das ist ja jetzt interessant. Echt die ganze Zeit überlegt, wie man das nennen könnte. Einfach irgendwas Witziges. Bin mir da aber sehr unschlüssig. Vielleicht sowas wie, wie man es nicht macht. So, habe ich hier überall die Stützen. Ja, die will ich noch doppelt haben. Dann werde ich hier Fackeln anbringen müssen. Ach, wie modern ist denn das? So. Okay, auch da muss ich jetzt noch ein bisschen Platz lassen, zum Reinfliegen. Würde ich sagen, machen wir hier vorne einfach so eine Lücke, genau. Ich nenne die Folge die Hülle, damit ist dann auch die Erdhülle gemeint, in der ich eingeschlossen war, so. Sehr langweilig, wenn ich jetzt sowas schreiben würde, wie ich hasse Erdcreeper. Ich meine mit einer Folge, wenn ich die so nenne, dann weiß ja jeder Bescheid. Nee. Mehr Glas. Reichen mir zwei? Müssen. Wenn sie nicht reichen, dann habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Ne, ich wollte das wenigstens noch fertig kriegen. Oh Gott, es wird schon wieder dunkel. Es wird dunkel, es wird dunkel, es wird dunkel. Das heißt, es wollen gleich wieder hier x Millionen Viecher und wollen mir ans Leder. Vor allem wollen wir mir nicht nur ans Leder. Ha. So. Okay. Ab ins Bett. Schnell, 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 schnell. Wunderbar. Okay, das sollte mit der heutigen Folge auch schon wieder gewesen sein. Ihr wartet ja alle auf den Upload. Ist natürlich nicht viel passiert, aber ihr wisst zumindest, dass ich mir eine MFSO bauen will. Dann tausche ich mich hier nochmal schnell aus. So, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!